Kennst du einen Kanzler, ja? Ja, ich kenne einen Kanzler, ja. Dieser Kanzler darf nur sprechen, was die anderen wollen. Ja, darf nur sprechen, was die anderen wollen. Ja, warum macht der Kanzler, ja? Ja, da frage ich mich auch. Es gibt einen Kanzler, Kanzler, ja, auf dieser Welt, das ist auch klar. Er darf nur sprechen, was die anderen wollen. Ja, ja, das ist für uns schon klar, klar, klar. Es gibt einen Kanzler, Kanzler, ja, der darf nur sprechen, was die anderen wollen. Ja, wenn er was anderes will, ja, dann ist er Kanzler gewesen. Ja, 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 ja. Ein Kanzler, der was machen muss, was die anderen wollen, ja. Das ist schwer, auch wirklich, ja. Darf keine andere Meinung haben, ja. Ja, ja, ja. Es gibt einen Kanzler, ja. Der darf nur was, ja. Was die anderen wollen, ja. Machen, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Auf dieser Welt gibt's einen Kanzler, ja. Einen Kanzler, Kanzler, ja. Der darf sprechen nur, was die anderen wollen, ja. Ja, ja. Nur die anderen dürfen es, ja, ja. Und er muss schweigen, ja. Ja, ja. So ist das heute im Leben, ja. Ja, ja, ja. Ein Kanzler, der nur sprechen darf, wenn die anderen wollen, ja. Ja, ja, ja. So wird es wirklich sein. Ja, 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 ja.